Findest du es nicht merkwürdig? Also er verkleidet sich ja wirklich gern. Und wenn er plötzlich denkt, dass mit ihm was nicht stimmt? Vielleicht hat er es satt, dass wir ihn da reinpressen in diese Rolle. Sei ganz einfach du selbst. Jake ist was Besonderes. Er macht immer gern Sachen auf seine eigene Art, das weißt du doch. Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei!